Hallo, ich bin der Baden-Württemberg und ich eröffne die letzte Frage, welchen wird das Internet? Und ich will immer los, wie kommt man eigentlich zur Frage? Und ja, einerseits habe ich studiert in Baden-Württemberg, ich studiere auch jede Konzentration, aber das steht mir beantwortet zur Frage nicht, es reißt überhaupt niemals an. Und es war vor ungefähr zwei Jahren, da habe ich einen Progen gelesen, die Frage, welchen wird das Internet? Und die Leute haben darauf geantwortet, ich habe keine Ahnung, aber wenn du es rausgefunden hast, dann sagt man Bescheid, dass man auch wissen, das ist cool. Also irgendwie man das ein bisschen verbreitet. Und das Letzte ist, ich bin ein Vereinbar getreten, der selbst Internetdienstleitung anbietet, und da ist mir plötzlich das Licht aufgegangen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Um die Frage zu klären, wem gehört das Internet, wird als Grundlage klären, was ist eigentlich das Internet? Wenn wir jetzt die Netzzeit hätten, und 20 Minuten von Produktion wirklich wenig, würde ich jetzt ein Video von YouTube auspacken mit Dr. Hans-Peter Ruhl, wo das Tech-Zaft ist, wo er redet über das Internet und was man dann machen sollte. Wir entspannen uns und kommen gleich zur langweiligen Position. Ihr kennt es die Lothra wie InterCityExpress, International, beide haben das Wort Inter, Zwischen, International, Zwischen, Nationen, Internet und Zwischen und Net, kurz vor dem Kunstpunkt für Netze, Netzwerke. Also das Netz zwischen den Netzen. Ich habe vielleicht schon den Kursen angeboten, das Netz der Netze. Und um in zweiter Folien zu klären, was ist eigentlich ein Netzwerk? Und dafür haben die Informatiker das sogenannte OSI-Sieben-Schichten-Modell und es ist der abstrakte Begriff eines Netzwerkes. Und zwar passiert es darauf, dass man Kommunikation in verschiedene Elemente zerlegen kann. Ich mache mal das Beispiel, ich schreibe einen Brief. Wenn ich einen Brief schreiben möchte, dann fange ich nicht gleich mit dem Brief an, sondern eigentlich habe ich einen Gedankenkopf. Bisschen Gedankenkopf getragen werden, aber ein Gedankenkopf kann nicht im freien Raum stehen. Aus diesem Grund brauche ich eine Verpackungsgedanken. Die Verpackung könnte zum Beispiel sein Sprache. Und auch Sprache stehe ich im freien Raum. Sprache kann ich sprechen, Sprache kann ich aufschreiben, Sprache kann ich aufnehmen. Das heißt, auch diese Stimmung muss wieder verpackt werden. Ich habe die Mappen vorbereitet. Erkennt man das? Ich habe jetzt erstmal einen Gedanken genommen, habe den verpackt gegeben. Die Verpackung bei mir ist ein ganz einfaches Bild. Dieses Stück Information trägt sogar einen Empfänger und einen Hubsender. Und der muss jetzt weiter verpackt werden in die nächste Schicht. Die nächste Schicht sieht ungefähr so aus. Und wenn ich jetzt versucht, diesen Brief zu verpacken, werde ich feststellen, dass ich dabei so winzige Plattprobleme habe, weil egal wie ich den drehe, passt er da nicht rein. Das heißt, wir betreten gerade das Schichtmodell in die nächste Schicht. Dann wird es eine relativ einfache Verlösung. Dann habe ich hier meinen Brief Teil 1. Den habe ich in einem eigenen Umschlag. Der Umschlag wird beschriftet mit Brief Nummer 1. Brief Nummer 1 bekommt als Absender München, als Empfänger Berlin. Ich habe natürlich vorgesucht, ich habe noch einen zweiten Umschlag dabei. Zweiter und treibender Brief. Ich gehe jetzt auch wieder auf die Reise. Ich komme jetzt an einen Umschlag. Und beschriftet Brief Nummer 2. Absender München, Empfänger Berlin. Und jetzt geht er ins Briefkasten. Und was geht in den Briefkasten weiter? Der wird dann von einem Post rausgenommen. Und kann nicht so transportiert werden. Sondern er landet mit einem Kleingelden Boxen. Und die Kleingelden Boxen, die landet mit einem Auto. Und das Auto fährt eine Strecke. Dann nimmt hier immer die Box raus. Nehmt den Brief raus. Sortiert den Brief wieder zu. Also das gleiche Schema, mit dem wir die Gedanken verpackt haben. Auf das Bild. Auf die Zeichen. Auf das Papier. In den Briefumschlag. In die kleine gelbe Box. In das Auto. Diese Programme müssen wir jetzt wieder aufgängig machen. Und das ist im Prinzip das, was diese sieben Schichten unbedingt beschreibt. Ich habe verschiedene Schichten. Die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Diese Schicht hat eine begrenzte Transportgröße. Aber aus meiner Sicht ist es egal, ob der Briefumschlag rot ist, ob er blau oder irgendeine andere Farbe hat. Und das sind die Grundlagen dieses Schichtenmodells. Ich kann Schichten austauschen. Ich kann welche hinzufügen. Ich bekomme neue Funktionen. Das ist der Grund, warum sie so ein Brief hier machen. Das, was der Sender macht, muss der Empfänger umkehren können. Dann tun sie es in jedem Fall. Egal, wie ich es aufbauen. Das, was die Post macht, ist ein Transportnetz. Sie hat Möglichkeiten, das zu transportieren. Und sie muss überlegen, wie kommt der Brief zum Empfänger. Sie macht so etwas wie Leitwege, wenn man kann. Oder auf Englisch Routing. Das heißt, die Post ist Betreiber eines Netzwerkes. Okay. Grob gesagt, was ist ein Netzwerk? Wie komme ich jetzt zu meinem eigenen Netzwerk? Dafür kann ich das Beispiel. Das ist eine Karte von München. Ich wohne ungefähr da, in München-Süd. Und ich habe einen Freund in München-Nord. Und diese Freundin München-Nord haben und haben ganz viele tolle Filme drauf, die ich eigentlich auch anschauen möchte. Das heißt, ich möchte, dass mein Netzwerk und sein Netzwerk zu einem Netzwerk werden. Wie bekomme ich jetzt mein Netz? Und das Einfachste ist, ich baue hier eine Telling, die streitet diese Richtung und auf der anderen Seite nicht gleich hart kann der Telling entfallen. Das Ganze hat ein paar Hürden, weil da ist einerseits die Bundesnetzagentur zuständig, der muss die Lizenz beantragen, dass ich funken darf. Das geht zur Lust, 1800 Euro im Jahr, nur mal eine Zahl zu haben, um so einen Kredit für eine Testlizenz. Und dann können die Netzwerk an. Stell dich gleich mal fest, war doch eine schlechte Idee gewesen, weil das ist an zu schlecht und alles zu langsam und hier leer. Also, du musst ein Kabel in die Wurden. Die können Kabel in die Wurden gehen. Und ja, die können einfach die Straße aufbaggern und ein Kabel in die Wurden nehmen. Für die Straße aufbaggern ist das Baunaforat zuständig, muss ich mit den Leuten verhandeln und dann könnt ihr auch hier zukommen und könnt ihr sagen, ja, Straße bitte aufmachen, aber aufgrund des Hochverkehrsaufkommens ist das total das Problem, sie dürfen nur nachts bauen. Und stelle ich fest, es ist vielleicht auch nicht mehr für Feuer. Nachts bauen kann ich mir nicht leisten. Also brauche ich jetzt ein Plan B. Das nennt ihr, das nennt ihr, das nennt ihr der U-Bahn in der S-Bahn in München. Warum komme ich drauf? Nun ja, bevor ich jetzt mein Kabel selbst im Wurden verkrabe, habt ihr vielleicht mal die U-Bahn drüben gesehen, dass da an der Seite so Rohre drin liegen und dass da eventuell noch Kabel drin liegen, dass da so ein Haken sind, die sind reißig, nicht benutzt. Und genau auf diese Haken, da kann man Kabel drauflegen. Das heißt, der nächste Schritt wäre, ich gehe jetzt einfach mal auf die Stadtwerke, ich zog, auf die Betreiber über die U-Bahn drüben, und befragen, die sind ausgekannend, und alle reinlegen. Das heißt, ich würde jetzt hier ein Stück Stratt aufbunden, durch die U-Bahn drüben lang gehen, und lang gehen oben wieder aufbunden, und könnten mir Kosten sparen. Ich muss das Netz nicht selbstständig bauen. Ich kann von anderen Betreibern Leistungen zukaufen. Stadtwerk ist ein typischer Level 1-Betreiber, wo ich Leerrohre bekomme. Wenn neue Straßen gebaut werden, sind Stadtwerke, die typisch nicht sagen, wir wollen, bevor ich die Straßenzug, die hat, dann noch ein Stück Rohr reinlegen, dass man nachher ein Stück Kabel reinlegen kann. Die bereiten das schon vor. Wenn ich jetzt feststelle, dass aus irgendeinem Grund die Verhandlungen mit den Stadtwerken scheitern, und ich nicht mein Drüben bekomme, wie geht es dann weiter? Ich kann versuchen, um Betreiber zu bekommen, der schon Kabel gelegt hat, zum Beispiel einen Strombetreiber, der von ganz Süden nach Franzburg über die Stromkabel hat, und dann fragen, ob ich mich damit draufklären darf. Ich kann auch einfach zu jemandem gehen, der schon ein Netz hat, und dann fragen, ob ich ein Stück aus diesem Netz anbieten darf. Oder die am höchstensten Stücke, ich habe wahrscheinlich alle, die ist ja, das ist zu Hause, ich gehe zu einem Netzbetreiber, kaufe mir Zugang zu dem sein Netz, und bringe meinen Freund dazu, der dann Zugang zum Netz eines anderen Betreibers kauft, und hoffe darauf, dass ich beide zusammenarbeiten. Also ich kann mein Netz irgendwie zusammenstückeln, und ich kann es gerade austauschen. Und das ist aber ein Teil, auch das Geschichtenmodell der Leute haben. Das ist eine Frage, in die bekomme ich mein eigenes Netz. Nächstes Stück ist das sogenannte Peering. Ein Netz alleine macht keinen Spaß, es gibt viele Netzbetreiber, es gibt viele Netze, und die müssen irgendwie zusammengeschaltet werden. Dieser Vorgang, um die Netze zusammenzuschalten, den hilft am Teering. Im einfachsten Fall, trifft man sich mit dem Chef ein anderes Netzbetreiber, und sagt, lass uns mal gemeinsam ein Netzwerk machen, und sagt, okay, da kommt der Netzwerkbrotei dahin, kommt die Kabel rein und fertig. Kann total einfach sein, wenn ihr jetzt nur ein kleiner Fischstein, der gerade ein Netz aufgebaut hat, und ihr kommt zum Deutschen Telekom, und sagt, hier, lass uns mal gemeinsam ein Netz machen, sagt die Telekom, kostet Geld. Dort gibt ja gar nichts. Also Netze, die ineinander liegen, kann man ganz einfach zusammenschalten. Ansonsten gibt es noch zentrale Knoten. In Deutschland ist das der D6, denn in Frankfurt, das ist einfach ein Stellschutzfunk in Gebäude, und nicht, wo Netzwerkbrotei da drin liegen, und jeder große Anbieter hat auch ein Kabel hin, damit er dort mit anderen Anbietern gemeinsam ein Netz machen kann. D6 bewüstet sich, dass hier über 140 Anbieter aus über 40 Ländern haben, die dort die Netzwerkkartei gelegt haben, mit anderen Anbietern, um die meisten Netzwerke zu machen. Also, festgestellt, es gibt ein Schichtenmodell, das heißt, ich kann Netze in Komponenten zerlegen, ich kann Netze selbst aufbauen, es gibt Netzbetreiber, und es gibt die Möglichkeit, Netze zusammenzuschalten, in einem Vorgang in den Vampiren. Das überspringe ich jetzt, das ist ein Beispiel für ein relativ schlichtes Netzwerk in Württemberg, und kommen wir zur Frage, wer sind die Netzbetreiber, die für uns relevant sind. In Deutschland ist das vor allem die Deutsche Telekom, die hat meist die Telefonleitung zum Endkunden im Besitz, und es ist erst ganz neu, dass die auch mit anderen Anbietern kooperiert und für die Netzwerke verkauft. Dann haben wir noch die Kabelnetzbetreiber. Die Kabelnetzbetreiber haben wir insgesamt nur noch zwei Stück. Der blaue Betreiber ist Kabel Deutschland, und dieser beige-braune ist Unity Media. Die überschneiden sich in der Kundenschrift auch fast gar nicht. Die haben das Gebiet nur ein bisschen aufgeteilt. Also, die haben fast Vollabhängen für Kunden, und wir haben unsere vier großen Wifu-Betreiber. Vodafone, G+, und Two, T-Mobile. Die haben alle vollständige Netze. Vielleicht haben sie auch Dienstleister von anderen gekauft, die sich vorgeschlagen haben, man könnte Uber-Töne für die Stadtwerke nehmen. Ich habe noch einen anderen Netzbetreiber, mit dem ich mich unbedingt vorstellen möchte. Und zwar heißt diesen Netzbetreiber Level3. Hier seht ihr mein Beispielkampf in seinem Netz. Und das Besondere sind diese grünen hier. Man erkennt es schlecht. Nur Amerika, Europa. Level3 ist weltweit der einzige Anbieter von Untersee-Kabel. Er hatte mal einen Konkurrenten. Den hat er aufgekauft im letzten Jahr. Ja, die Konkurrenz ist noch nicht hier. Und groß gesagt, alle Daten von euch, die über den großen Teich laufen, wenn nachricht, das sind wir dann Fehler, laufen definitiv durch das Netz von den Betreiber. Das ist konkurrenzlos da. Ich habe mal einen Anfang gemacht bei einem Satellitenbetreiber Astra. Die wollten wir gar nicht antworten. Also denken wir mal, wenn der Betreiber sich kaputt ist, verletzen haben wir noch. Es gibt einen Weltall-Einbetreiber von Satellitentilfonie, der heißt Eridio. Eridio macht euch möglich, dass ihr im tropischen Oberloch Baum setzen könnt, sagt ihr Mama, wie die Flugraten können wir vorstellen. Das funktioniert weltweit, dass es nicht der Vorlässe um Satelliten geht. Eridio will dieses Jahr einen Datendienst starten, das ihr auch Daten übertragen könnt, wenn ihr im tropischen Oberloch seid. Und sie rechnen damit, dass sie Übertragungsgeschwindigkeiten von 2 bis 4 ein Video beibringt für den Kunden schaffen. Wenn ihr eure Kürze nicht vorstellt, könnte ich davon ausgerechnet so ein durchschnittliches YouTube-Video runterzuladen, würde mit der Geschwindigkeit ca. 1, 1 Stunde und ein Viertel dauern, wenn nichts anderes gleichzeitig macht. Das ist die Datengeschwindigkeit, in der sie glauben, dass sie dieses Jahr einen Dienst anbieten können, den Kunden kaufen werden. Also an diesem Übersicht kam wirklich kein Ding vorbei, der Anbieter heißt Level 3. Damit haben wir jetzt technisch das Netz vollständig abgehackt. Wir haben Netzanbieter, wir haben Deutsche, wir haben einen internationalen Pracht, um zu sehen, welcher schaltet der eigentlich zusammen. Das Kürchen besprochen und jetzt haben wir die Möglichkeit, es gibt ein Netz, ihr könnt jetzt eine Punkt zu Maschine zu Maschine überall auf der Welt. Jeder, der mit diesem großen Netz teilnimmt, kann angesprochen werden und kann andere ansprechen. Und jetzt gibt es plötzlich Unternehmen, Leute, die glauben, dass sie diesem Netzwerk Dienstleistungen Begriff die man kaufen kann oder auch umsonst bekommt oder gibt andere Auflagen. Ein ganz Grund der Dienst ist DLS, Domain Name System. Ihr kennt es ja ein nächstes System macht DNS. Es gibt Anbieter von Video On Demand und macht einen Klick, das Video will ich jetzt anschauen. Und dann klickt ihr das Video sofort auf euren YouTube übertragen. Anderer Beispiel mit YouTube. Ihr habt E-Mail Diensten Anbieter, die euch anbieten, dass sie Texte übertragen, diese Texte natürlich für euch speichern. Es gibt so Sachen wie Insel Messaging, ICQ, MSN, Jabber, wie auch wie auch was sie alle heißen. Und das Unternehmen oder Personen oder irgendwelche anderen Organisationstrukturen versuchen auf diesen Netzdiensten anzubieten. Ich habe die Frage gestellt, wem gehört das Internet? Wir haben jetzt die Grundlagen zusammen und können in Kürz die Nachrichten bekommen. Also wir haben einerseits Netzbetreiber. Bei Netzbetreiber kann man ein paar Monopole ausmachen. Bei Deutsche Telekom und bei Nelle 3 sind wirklich ungeschlagen. Wir können fragen, wer liefert eigentlich die ganze Technik, damit diese Netze funktionieren? Es gibt einen Hersteller, der heißt Cisco. Es gibt zu diesem Hersteller ein paar Konkurrenten und deren Hauptverkaufsargument ist, dass sie in Cisco kompatible sind. Also da ist Cisco wirklich einmalig, ich werde nachher in den Nachrichten sehen, das muss nicht immer sauber laufen. Wer liefert die Dienste? Dienste? Facebook, und Com, Suchdienste, Namensdienste, Videospreaming, was auch immer ihr haben wollt, das liefern Dienstanbieter, die in einzelnen Ländern um ihn gestandet haben. Und ich stelle Ihnen meine Frage, wem gehört das Internet, wer hat die Macht, das alles zu steuern? Und um jetzt mal den Vorjahr-Pfanzer zu bringen, möchte ich über euch die Nachrichten schauen, ich habe da eine Nachrichtseite, die heißt heise.de und heise bringt Nachrichten aus Sachen Technik und Computer und die Nachricht ist vom letzten Jahr vor ungefähr ziemlich genau 360 Tagen und es heißt Ägypten ist Offline oder Mobile Funk. Wie haben sie das eigentlich gemacht, dass sie ganze Internet abschalten in einer offensichtlich konzentrierten Aktion eine halbe Stunde vor Mitternacht wurde der gesamte ägyptische Teil des Internets offline genommen. In Minuten wurden 350 individuelle Energie Runden oder GFB-Protokoll Runden die steuern die zwei Netze zusammengeschlossen werden und die werden von Hand gesteuert die wurden zurückgezogen und dann parkgeschaltet das heißt die Informationen die verglückt sind wurde einfach rausgenommen und die Teil des Netzes zu regeln gab es plötzlich nicht mehr dann wird von außen nicht mehr erreichbar damit ist kaum noch ein autonomes System autonomes System ist ein Netzbetreiber der ein vollständiges Netz hat die lücken von außen erreichbar es handelt sich praktisch um die erste vorsätzliche nahezu komplette und plötzliche Abschottung eines gesamten Landes im Internet dessen wir sich weit hin relativ bewegen konnten die Auswirkungen auf die Beurschaft kann nicht abgeschätzt werden das ist ein Netz das wirklich abgeschaltet wurde und ich stelle die Frage ihr habt irgendwo ein DSR gekauft habt ihr Zugang zum Internet ist garantiert nein ihr habt Zugang zum Netzwerkes Anbieters ob das klappt dass ihr ins Internet kommt ist reine Spielfrage und zwar war im Herbst in den Nachrichten es waren zwei unbedeutende amerikanische Provider ich habe nicht den Namen gemerkt und die hatten ein Bier gehabt und das hieß folgendermals wir sind beide gleich groß und um einen kurzen zu machen schließen wir unsere letzte zusammen und du zahlst mir nichts ich zahle nichts wir sind ein ein gemäß das passt schon und dann hat einer der Anbieter angefangen ein Video on demand an dem zu erstellen durch unsere Netze schickt und damit Geld verdient macht ihr uns kaputt und geht durch die golde nasen moment wir wollen auch was abtrappen und gucken dann kam der andere Anbieter an ja moment ist alles wie gehabt ich verstehe nicht was du überhaupt willst ja wenn das so ist schnipp internet abgeschaltet und das ist das Problem wenn einer anbieter ist dabei und in der Webseite aufrufen die man einfach voneinander getrennt und der Fehler in der Netze stürmt am am Europa wir haben bisher gelernt dass der Netze ein ziemliches Monopol hat und wenn der Netze kaputt ist dann gibt es einen relativ großen Schaden die Nachricht sagt ungefähr der Netze in der CISCO hat in DGW die Verbindung zwischen den Netzen machen einen Fehler drin gehabt dazu führt dass die nach ausgefallen wird führt technischer Fehler kann da vorkommen das Internet ist so groß dass es ständig Störungen gibt und dass sie nicht bemerken weil es gibt so viele andere Sachen zu denken Letzte Internet Abschreibung von Libyen ist ähnlich wie Ägypten wurde aber politisch versucht als technischer Defekt darzustellen man hat das Netz erst langsam gemacht dann war weg dann ging es mal wieder es wieder richtig dann wäre gar und plötzlich was ganz aufgeschaltet also es gibt Regierungen die versuchen Druck auszuüben und jetzt zurück zur großen ganzen Frage wem gehört das Internet es gibt Netzbetreiber und die besitzen Netze denen gehört die Technik das Ganze zu steuern die machen irgendwie untereinander Politik in die sich absprechen Gemeinbetreiber miteinander können und wer Geld bezahlt und wer auch immer nicht und in Sachen Politik kann es manchmal hart an wie wir Beispiele bei amerikanischen wiedergesehen haben die irgendwas abgeschaltet haben was was wir zunehmend haben ist dass Regierungen versuchen Druck auszuüben ihr habt es vielleicht gemerkt in den letzten Tagen war Wikipedia nicht erreichbar es ähnlich trage Wikipedia und Facebook nicht erreichbar und Google in Amerika auch nicht das Problem ist einfach dass immer mehr Regierungen glauben sie müssten wissen wie sie das Internet steuern und wie sie das in und das führt zum Beispiel dazu im Weißhausland ist es jetzt verboten dass man bei einem Angegnügen der nicht Weißhausland ist Vertragsstrafe 100 Euro für einen fremden China Angegnügen Italien hat einen Gesetz versuch gehabt dass unrichtige Informationen in den 48 Stunden gelöscht werden müssen und über die Unrichtigkeit kann später peck nicht verhalten aber erst mal löschen das Gesetz hat nicht durchbekommen es gibt so nennen er China hat kein Internet China hat ein landesweites Internet in China gibt es auch keine Google Suche die Suche dort heißt Biden und Facebook Suche ist auch so ein Problem und man versucht die Wirkung des Landes vor schadhafter ausländisch zu behandeln also was zurzeit in der Gesetzeslage weltweit passiert ist ein ziemlich großes Desaster dabei immer mehr versucht zu verbieten und leider gar nicht versucht die Möglichkeiten auszunutzen war immer noch Angst vor Diebstahl und vor Sabotage und woher schaut die Menschen eigentlich schmackreich dafür dass sich unsere Welt damit erst belegt hat und damit bin jetzt am Ende schmack so ja wo geht's fragen aus australien hallo was jetzt nicht deutlich berichtet was für gefahren herrschen wenn die regierungen versuchen die netze zu übernehmen und nicht nur in china oder in afrika sondern auch in westen oder in kohlen und was ich frage ich noch nie bei der piraten reingesehen habe das ist eine streichelung zur rückleid ich kann mich ziemlich unabhängig entgegen so hast mich nicht gesehen das ist gut einfach weitere freuen ich mich gefragt habe du hast erzählt 3 die ganze mutter sind weltweit wo ist das denn es gibt nicht staaten die sagen ein privat unternehmen hat so viel macht da versuchen wir selbst das aufzubauen sei es jetzt sozusagen auch staaten die das ganze mehr auf der kontrolle haben wollen und auch andere die mehr laufen halt wollen also der detay ist in amerikan nordamerikaner mit die subrede ich weiß nicht wie viele Vorurteile über die nordamerikaner politische politik basen sie müssen nur ein paar niebelassen in europa haben um auch netzwerken betreiben zu können das heißt sie müssen das rechtlich vorbei dass die zentrale überkommt sie sind nicht ganz amerikanisch aber ich wüsste nicht wie das du dokumentieren willst möchtest du zwingend das verkaufen ne die frage wäre jetzt gibt keine andere anbieter sei es jetzt starten mannschaft wie sagen der hat geleitet und wie das hat so ist oder wie dann aufgekauft da ist noch eine Frage du hast ja schon ein bisschen technisch gesehen eine Möglichkeit von KW von Daten in DSL Geschwindigkeit zu verschicken wie wir sind also von Satellien Technik oder kann ich jetzt mal von dem Bekannten Unternehmen das ist wenn ich die Technik eingehen kann im Prinzip du kannst zwei Daten passen die Technik das heißt du klickst das mit einfach nicht in Verbindung du e-mail und chatten wird das immer ausreichend wenn du anfängst dass du Videos übertragen willst brauchst dann plötzlich krass höhere Geschwindigkeiten die du übertragen kannst und das Problem bei einem unter Wasser Kabel ist der es ist so nach 100 Meter Kabel ist eine Menge Energie hinten raus kommt halbiert noch noch mehr Energie noch mal rein das heißt noch dritte Energie aber technisch gesehen kann man diese Kabel sehr einfach verstärken das kostet nicht viel das Problem bei Funkverbindungen oder große entfernen ist die fallen nicht ganz so krass ab aber um die zu erneuern musst du viel auslesen und nochmal aussenden das ist unheimlich teuer und dies war unheimlich fehlergefällig du kannst dich aufgrund des Wetters wie drauf verlassen und die Verbindungen bekommst und deshalb ja es kann über Funkverbindungen funktionieren du musst aber bewusst sein dass das abhängig vom momentan atmosphäre nicht stabil sein wird speziell die Sonnenbinder aber zumal besonders starke Energiestöße ab bis das Handynetz gestürzt sind typisch Problem mit Funkverbindungen wie sieht das mit Satelliten Verbindungen aus ist die Laufzeit wenn es im Rahmen nach oben geht zum Satelliten und wieder unten geht ist das ein Problem also wir hatten mal aus Spaß ausgerechnet gehabt weil wir so ein theoretisches Modell hatten mit 15 gegenseitig stürmen erstaunlicherweise ist das Signal über den Satelliten läuft eigentlich schneller als es durch das Kabel geht das Signal im Kabel ist nämlich ein dritt langsamer und zwei tritt der Lichtschwierigkeit was ungefähr 200.000 Kilometer pro Sekunde liegt ist es langsamer stürt nicht wirklich wieso ist es langsamer als nicht wenn es Lichttrennen bleibt nicht bestehen aus Glas und nichts ist schneller als das Licht im Vakuum und wenn Licht in der Linie einfällt dann wird es langsamer und einfach weil das Glas die Eigenschaft hat dass es nicht spielen kann muss es für das Licht ein dichtes Material ist das heißt man macht es automatisch langsamer das heißt die schnellsten Internetverlindungen wären Zwischenraumschiffen außerhalb der Anstrengang im Weltraum hat es stammt die Funkverblendungen sobald auf dem der Boden reinkommt dann flüttelt sich diese Gleitwörter einschlagen ja noch eine Frage keine Frage mehr dann vielen Dank Markus because we who want to we that we have know do so we them man point n